Vito Valor, die Innovation von Fisman, ist die Heizung, mit der man Strom erzeugt. Man braucht dafür nur einen Gasanschluss. Der Wasserstoff aus dem Erdgas verbindet sich in der stromerzeugenden Heizung mit Sauerstoff. So entstehen warmes Wasser und Strom. Das Beste daran, man ist dadurch unabhängig von steigenden Strompreisen und spart zusätzlich noch bis zu 40% Energiekosten. Gleichzeitig tut man der Umwelt etwas Gutes. Denn normalerweise beziehen wir unseren Strom aus großen Kraftwerken. Bei der Stromproduktion in Kraftwerken entsteht viel Wärme, die ungenutzt durch den Schornstein verloren geht. Bei Vito Valor dagegen wird die Wärme fast vollständig genutzt. Dadurch lässt sich der CO2-Ausstoß um bis zu 50% reduzieren. Darüber freut sich nicht nur der Geldbeutel, sondern auch das Klima. Dank der 10-jährigen FISMAN Garantie hat man die Gewissheit, dass diese Freude lange anhalten wird. Informieren Sie sich jetzt über Vito Valor.